Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren lustigen Runde CTT Traveling Terrorist Town und heute mit dabei der Pada, Mr. Peepa, Anne, Krenz, Vita, Krabson, Goro bei Wolfskinder Demis und der Nalu. Hallo. Also ich bin wieder raus. Ich wusste nicht, dass es hier eine lustige Runde werden soll. Was bekst du denn? Wir reden heute nicht über Politik. Doch, 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 aber über lustige Politik. Oh, ne, Religion, langweilig. Hallo Anne, kann ich dich nochmal schubsen? Nein, ich falle, nein, nein, schnell, schnell tut. Hilfe! Hey, wenn die Tatsache. Gehen alle weg. Wer ist das? Wer ist hier? Dalu, Dalu! Da, hallo! Ach, komm! Wer Demis ist frei zum Abschuss? Wer denn? Wer Demis ist frei, Leute. Es kann nur einen Detective geben. Was? Wer Demis ist frei zum Abschuss? Du bist ein Schnacker? Wer Demis ist frei zum Abschuss. Hätte ich nicht nochmal nachgeguckt, dass der Detective wirklich abgeknallt ist. Natürlich. Achso, wer Demis ist Hader oder Pipa? Oh mein Gott! Deswegen ist da Grenz der Traitor, der wollte, dass er den Detective umdringt. Grenz ist auch Detective. Der tut wohl so. Der hat sich... Wer Demis hat sich da in der Akademie nur hochgeschlafen. Jaaa! Alter, hast du wieder erschrocken. Ich wiederhole mich nur ungern, aber ich bug hier wirklich rum. Guckt euch doch mal die Marke von Grenz an. Ich bin hier bei diesem Wasserbehälter-Dings. Bei dem Pool. Beim Snipertor. Gleich gewinnen die Innos ja jetzt. Ach, da oben. Dadurch, dass ich halt Inno bin. Warte, ich guck mal, ob ich dich da rausschubsen kann. Er hat gerade zugegeben, dass er Traitor ist. Grenz schlagt dir einen Deal vor. Du wirst immer alle Innos und alle Traitor schließen. Er hat gerade zugegeben, dass er Traitor ist. Ich bin gerade ein paar Meter runtergefallen. Der, der festhängt in der Küche, ist Traitor. Wenn du hier runterfällst, dann bist du tot, Pipa. Nein, ich bin von oben, vom Dach hier auf Meter tiefer gefallen. Ich weiß nicht mal, ob ich mich umbringen kann. Das darf ich jetzt mal so im Raum stehen. Komm her, ich zeig dir sogar, wo ich runtergefallen bin. Los, komm her. Los, komm her. Na komm, wo bist du? Da wird auf uns gezielt, Anna. Ja, dann zeig mal. Naja, ich bin hier immer noch in der Ecke. Und da oben. Oh, wer zieht denn Anna auf mich? Die ziehen sich überall. Ich bin hier weg, quack, quack. Hallo, geh da weg. Die ziehen alle auf mich. Dalo verfolgt Evita. Ja, seit von Anfang an. Wenn alle ruhig sind oder einer schießt. Der erste, der fragt, wer hat geschossen, ist immer Traitor. Hallo. Das ist aber eine Theorie von den Pizmit-Jungs, ne? Warum verfolgt mich denn Dalo jetzt die ganze Zeit? Keine Ahnung, aber ich habe ihn mit dem Visier. Das ist gut. Habe ich nie drauf geachtet, ey. Granada. Okay, was war das? Okay, Wolfskill ist frei zum Abschuss. Das ist ein Smoke. Wunderfuck. Ne, ne, hier. Dalo macht wieder ein. Oh, ich wurde gerade erschossen. Ja, weil es direkt vor meiner Nase passiert. Das stimmt gar nicht. Bei Dalo wäre ich vorsichtig. Ich kann nicht Traitor sein. Warum? Ja, das habe ich auch gehört. Ja, das war der Dalo. Das warst du, glaube ich. Ey, Vita. Was will ich? Ja genau, Sniper-Nahkampf. Komm her, ich schlag dich tot. Das stimmt. Das ist schon wieder Dalo hier, ey. Ja, jetzt verfolgen mich zwei Leute, oder was? Hallo, habt ihr kein Leben? Das stimmt, das ist nicht, Anne. Ich glaube, Anne ist in. Da jetzt einmal mit den Boots reinspringen. Das ist Meckmalus. Ja, geh du vor. Keine Rolle. Hey, was mache ich denn? Ich habe dich nur vorbeigelassen. Jetzt kommt ihr leider auf den Dächern. Ey, 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 ey. Entschuldigung, entschuldigung. Hast du auf mich geschossen? Meckmalus schießt doch, oder? Nein! Warum schießt du auf mich? Wer hat jetzt hier geschossen? Ja, also du hast mir der Pump doch gerade geschossen. Ja, aber ich bin auch wounded. Ja, doch auch ein Wound. Können Sie bitte diese Wound-Situation deeskalieren? Du bist voll helfen? Dann bleibt mal stehen. Da oben ist ein anderer. Dann warte, warte, warte. Dann muss ja einer von da hinten geschossen haben. Mit was? Wer wurde mit was angeschossen? Was denn? Ja, ich wurde mit der Diegel an ihn geschossen und mit Manus von der Shotgun. Ja gut, der Diegel könnte jeder sein. Die Shotgun war dein Schuss. Ja, genau. Das war meiner. Wer ist denn das da? Pipa war ein Traitor. Wer hat ihn getötet? Der andere Pipa ist. Ich habe ihn getötet. Ich habe ihn getötet. Dalu ist frei zum Abschuss. Dalu! Ey, die Leute schießen wirklich! Die Leute schießen wirklich! Nein! Nein! So, wer ist da oben hier? Wer will mich da wieder holen? Also, die Päckte ist frei zum Abschuss? Ja, super. Scheiß auf mein Karma, ich baller euch alle weg. Hallo, oder was? Kannst du jetzt zurücknehmen noch die Aussage? Kann mir vorstellen, dass es McManus ist. Ja, du hast ja auch mit der Diegel fünfmal daneben geschossen. Na, Krabs? Seht hier Aussage gegen Aussage. Ja, eben. Was seid ihr denn alle? Die Beweise in deine Wunden kannst du auch selbst zugefügt haben. Okay, hier hat jemand gerade Krabs weggesnipert. Du Emo. Loll! Hier oben im Turm hat gerade jemand auf Krabs, wo man dann weggesnipert. Leute hat's grad erwischt. Wer wurde, wer, wer wurde weggesnipert? Krabs wurde weggesnipert. Und noch einer. Noch einer. Was? Krabs? Silenced Sniper! Silenced! Das ist so'n Vita-Ding. Das ist sehr gut möglich, das ist Simon Sniper. Wolfskin! Ey! Das ist auf mich! Auf mich! Wer denn? Das war so'n Vita-Ding, hab ich gewusst. Wer denn? Ich glaube hier Vita von anderen Seite hier. Ich hab Vita! Ich hab ihn. Silenced Sniper, war die dabei? Ja, war dabei. Okay. Was? Nein? Ey, verzieh dich mal hier. Wer ist denn das hier? Ja. Ich hab doch gerade eben gesagt, dass er ja abgeschossen wurde. Dann identifiziere ich ihn doch nicht, wenn er oben da in Ruhe stirbt. Ja, Quatsch. Kann ich die nehmen hier? Nein. Grants, hast du was zum Heilen? Zieh dich mal hier. Na, ich will ja noch... Ich töte dich gleich. Kannst du mir... Grants, hast du etwas zum Heilen? Nein. Kannst du mich heilen, Grants? Nein, ich töte dich aber nicht. Wie sind die denn? Warum denn? Weil du mich nervst. Was? Du stalkst dich! Wieso bin ich verdächtig? Ich hab gerade Crabs da oben gehandelt. Leute, McManus ist sehr verdächtig, der Wille ist das. Erste Dank, du ist aber fast tot. Du warst das? Na gut, okay. Dann bist du weniger verdächtig. Erstmal. Weil wenn ich der Traitor wäre, hätte ich den doch nicht identifiziert da oben. Hat da keiner mitgekriegt sonst. Vielleicht ist das ja auch ne Taktik. Das kann natürlich sein. Ich seh hier jemanden, Anne. Ist Anne Traitor? Nein. Ich hab dir die anderen Leichen entsorgt, Anne. Anne ist hier um und traded um. McManus, warum bist du eigentlich so schwer verwundet? Ich glaub, er hat Snibeiner Hand. Ja, McManus ist ja auch gerade an Zidane geschossen, weil er auf Freizumabschuss ist. Das ist ein Quatsch. Der hat ja auch auf mich vorhin die ganze Zeit. Wenn ich jetzt tot bin, war's wo es geht. Grants, bin ich jetzt tot? Weil Anne schießt immer noch auf mich. Nein, wieso? Nein, Anne, da ist ja nicht erst verlieren. Dann musst du's auch zurücknehmen, wenn er nicht mehr Freizumabschuss ist. War doch schon lange. Ja, das ging unter. Die Fahndung lief noch bei Interpol. Weißt du, wenn du sagst, dann freizumabschluss, dann freu ich mich, ne? Sie darf ja sowieso schießen, weil sie ist ja Traitor. Sie kriegt ja Points dafür. Nein, McManus ist ja Traitor. Nein, Anne ist es. Anne ist es. Anne ist es. Ja, es passiert nichts, das ist ein Anne-Ding. Nein, ich glaub nicht, dass es Anne ist. Ich weiß, dass es Anne ist. Ja, dann erschieß mich. Nee, boah, du kommt hier hoch, Anne. Ja, ist ja egal. Ihr seid zu zweit, ich bin alleine. Es gibt nur noch einen Traitor. Von daher sind wir zu dreid. Es dritt immer am besten. Ich glaube schon, dass es Dalu ist. Ja, und? Okay, McManus ist freizumabschluss. Hab ihn. Wusste ich's. Ich wusste, dass er es ist. Wieso habt ihr mich jetzt ab? Wusste ich was? Weil du die Boots hattest. Dalu, ich komme, ich komme. Ich rette dich. Fuck. Ich hab deine Boots gesehen. Die brennt's noch. Massen. Ich bin ne Scheiße. Ja, die hat man aber gehört. Die haben wir sogar gehört. Ich hab sie, ich hatte ihn die ganze Zeit auch irgendwie sieht. Mit dem Sniper. Wo bin ich denn hier? Was ist denn, wenn man hier diese... Ich hab drauf gewartet, dass er auf Verdemis schiebt. Was ist denn, wenn man hier seine komische Boots holt? Stirbt man dann, wenn man auf dem Boden aufkommt? Da unten ist einfach ne Todeszone. Ja, da ist Todeszone, ey. Willst du mir damit sagen, Dalu, dass du einen hochgeschätzten Kollegen hier als Köder verbenutzt hast? Heiß nicht Dalu. Äh, Grants. Entschuldigung. Aber was heißt, was heißt als Köder? Nein, ich hatte die Namen hier unter Kontrolle. Ach fuck. Halu Dalu. Ah, ist noch geil. Ich hab nur die Scout geholt und jetzt hab ich ne Diegel und schieß Grants in den Hinterkopf, weil ich Trader... Grants, ey, Alter, da war ein exklusives Fass, ey. Ich wollte dich hören. Ja, ja. Du... Da hat mich... ...gepiekst. Ich geh nur lang, alles cool. Ich geh nur lang, alles cool. Bei jeder anderen Waffe, aber nicht bei der Diegel, die ist zu schwach dafür. Ja, aber es explodiert andere Waffe, dann ist es wahrscheinlich kein Explodives. Wer ist da oben? Oh, 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 oh. Da wurde doch grad geschossen. Geschossen hab ich gerade, Goro. Wer ist mir da oben im Form? Ich? Der wurde geschossen in Richtung von... ...McMalo ist gerade gestorben. Vom Turm. Ok, Pader ist... Grants steht in der Richtung. Leute, Pader. Und da oben im Turm. Da oben im Turm. Ich schieß drauf. Oben ist er im Turm. Ja, ich schieß auf ihn die ganze Zeit schon. Ich mach die Fenster mal alle kaputt. Halt, warte, ich hab doch... Grants kann's halt auch sein. Der steht auch da oben in der Sniper. Nein, ich hab doch Pader grad identifiziert. Au! Ist er tot? Grants? Nein, 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 nein. Pader ist tot. Oh, Crams, das war knapp. Da hast du grad auf mich geschossen, ja. Und Pader ist tot. Nein, ich hab die ganze Zeit auf Pader mit Ansage geschossen. Damit bin ich safe, weil ich Pader geschossen hab. Damit bin ich safe, weil ich Pader geschossen hab. Ich hab gedacht, ich wollte das nicht mehr schossen. Ey, warte, wer schießt denn hier? Wo, wo, wo? Wer schießt wo? Also ich hab Wolf vorhin in der Ecke gesehen mit dem Scharfschützengewehr. Ist Pader Traitor gewesen? Ja. Ja, ja. So auch Pader. Gut. Crams hat ihn erledigt und ich hab die ganze Zeit drauf geschossen. Wer war da oben? Nein. Ähm, er hat McManus erschossen. Äh, ich glaub es ist Vita. Genau, deswegen schieß ich die ganze Zeit auf ihn. Ich glaub kein Vita. Wer hat ihn denn er geschossen? Ich hab ihn. Crams. Der Last Head hatte Crams. Anne? Ich hab ihn auch mit drauf. Ich bin jetzt. Warum? Ungewandet hab ich ihn mit der Sniper. Hä? Also Crams ist safe, richtig? Aber, aber fast aus der gleichen Richtung wurde nochmal geschossen. Da oben, da oben, Vita, da oben. Links, hier. Da oben rannte. Anne, Anne schießt auf mich. Achso, ich dachte du wärst der Sniper. Genau, richtig. Weil wir ja schon die ganze Zeit davon reden, ne? Ist einer schreckt also. Da ist einer gestorben. Gestorben? Woran? Fallschaden, oder? Ist ja mal in einer Kugel gestorben. Ja, ich war's auf jeden Fall nicht. Hier, was ist mit McAssad? Goro Bay, kannst du mich heilen? Äh, ne ich hab keine Punkte. Vita snipert noch hoch. Nein. Ich seh nicht doch, ich steh genau hinter dir. Ich hab doch gar keinen Sniper. Ich hab da M16, wenn du hinter mir stehst. Dann guck doch. Oh, sorry. Kann das ja auf jeden Fall nicht sein. Und wenn wir beide das hier verrocken. Ich wollt' gucken, ob der Anne noch irgendwo ist, wenn sie sich wieder blicken lässt. Also Krabs und ich sind safe. Alter, willst du mich jetzt verarscht? Ich schieß mein ganzes Magazin mit Sniper auf den, schieß die Fans also euch kaputt. Ich hab' keinen gebrochen lassen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als ob Vita auch auf mich geschossen ist. Ey Vita, guck mich nicht so an. Ich will jetzt auch keine falschen Schlüssel jetzt ziehen. Als hätt' ich Kekse geklaut. Aber bei dir weiß man was ja nie, ne? Nein, ich klau' auch keine Kekse. Also Grants glaub' ich ist es nicht, Krabs dürfte es auch nicht sein. Nein. Goro Bay ist es ja auch nicht, also... Ja gut, aber die war ja auch angekündigt. Ja, das ist in meine Richtung, glaub' ich. Also haben wir noch... Guck auf den Gump! Das Goro... Was, Tom? Auf diese Doppeltürme! Ja, da guck' ich hin. Da ist Goro Bay. Da oben liegt auch... Ja genau, da ist Goro Bay. Okay Vita, 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 Vita! Von Dalu ist es. Was? Endslaught? Ja, Dalu ist es. Er ist unten im Haus. Und Grants, was nicht? Er ist unten im Haus. Hefcarp Launcher! Krass, 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 weg, 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 weg! Explosion! Fick die Hände Kann jetzt mal jemand Dalu töten Dalu, ich bin tot Manus Also Dalu ist es dann, oder was? Nein Oh, ah, 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 ah Nein Ich hab'n Traitor erschossen Das warst du nicht Ich hab'n erschossen Schießt doch mit AWP Ist'n Scout Ich hab' mich gewehrt Oh nein, das war der falsche Oh, scheiße Du bist es doch Du hast es bis zum Ende geschafft zu überleben, Grants Ich bin gut, ne? Jetzt willst du mich sprengen Du hast doch auch da was getrunken Ich hab' doch gar nicht mehr so'n Gesöff trinken gehört Ich hab' nur mein Bier getrunken Und dann beschuldigst du mich auch noch Obwohl du Vita aus einem Meter Entfernung weggeschossen hast Erzählst du das jetzt für die Zuschauer oder erzählst du das? Für alle Leute, die tot sind und erst noch glauben Weil sie können Ich weiß ja gar nicht, ob das noch zieht Willst dich da unten einnisten? Ja, du sprengst mich ja sonst Ja komm raus Nein, du musst ja nicht kriegen Ich hab'n Geschenk für dich Und durchs Mäusel-Loch kommen Ohoho, wir haben schön knapp, mein Freund Mit solchen gefährlichen Dingen Ohhhh Gott sei Dank Der war gut Alter, Dalu Ich weiß, was das für'n Bug war Aber bei mir kam die ganze Zeit Der Lauf von deiner Diegel aus deiner Hose Hab' ich denn jemand mit dem Hapcrap Du hattest ein gewaltiges Rohr könnte man sagen Ach, Wolfskin war's auch Ja, ja, ich war's auch Hapcrap Launcher hat gar nichts gemacht? Nee, mich nicht Ich hatte nicht mit der AWP geschossen, Krabs Ich hatte ihn außer den Fallschaden bekommen Naja, er hatte die Stiefel Dann hat der Detective auch noch Eken gesandt getroffen Ey, aber ich dachte teilweise Das war ich Ich dacht echt zwischendurch dann Vita hat auf mich geschossen, ne? Ja, ich dachte, was zum Henker Haben die Leute gegen mich? Weil ich dreh mich um und da war wirklich nur Vita Ja, ich hab immer geguckt, dass man Eken den sieht Vita, dann komm mal her Wenn ich's jetzt werde, ey Oh, Vita Oh, Gratz! rollsinos Abster Ob looes Ab Gratz Da fliegt wieder jemand rum hier Da kommst du dich war ab aber kein Scheiß warum haben alle bei mir die Diegel am Sack bitte weil sie da hingehört die LARG GUN aus deinem Hürsenstuhl die LARG GUN ich glaub's dir nicht ganz ich dachte aber locker locker aus der Hüfte geschossen wer ist da oben? ey da wurden fast nach mir geworfen ach quatsch da kommt einer zu dir seit wann werden auf mich geworfen dafür gibts den Mülleimer zurück ich hab dort einer schon VITA VITA war Traitor und ich wollt ihn am Anfang töten achso hier was habt ihr denn gemacht und warum ich hab ihm gesagt dass sie bei der Granate auf mein Dach geworfen hat wo ich stehe und es war ne Disco das war ne wirklich cool Wachsion das fand ich jetzt nicht so geil ich hab die Leife übrigens runter geworfen ok Dalo hat ihn wiederbelebt drück mal Tapp Leute ich hab auf einmal stille ja ich hab ein Gogo bei gezielt die ganze Zeit auf dich ey wer ist denn da oben? ich bin der der Typ da der Typ da hat also ich bin hier könnte auch der andere gewesen oh oh der 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 ich wollte schon schießen da rechts ist ja keiner mit Grenz ja ich weiß ich seh nicht da kommt einer zu mir wenn ich jetzt nicht mehr herkomme dann weißt du bescheid Wulskin ich hole ihn ich hole ihn sicher warte Dalo wieder mal weg wo ist der andere warte Dalo wieder mal weg wo ist der andere das ist die Shotgun in your face ich hab's gesehen nein Moment achso das ist Wulskin Hallo darf ich Anne töten Leute? warum denn? du hast den Traitor Move gehabt das war ein Traitor du hast daneben geschossen hast du mir leid geht das so? ah ja hier da Grenz könnte Traitor sein vorsichtig warum denn ich? ja weil du auch getrailt hat und ein paar der Games hat auch so ein bisschen am Sniper Nein ich war hier grad mit Anne am Shaker na ich hab grad nach Manus gesucht ich hab grad nach Manus gesucht so melden wir das heutzutage oh Paula du machst halt echt gefährlich hier wollt ihr mal meine Love Guns ja das ist no fun man ach nö halt deine Love Gun bitte für dich ach nö nicht schon wieder die Love Gun ich lass die Leute gleich denken du bist Traitor hier das war einer hier komm her du da ist der Traitor noch das war ich ich sag das vorher an wenn ich lande ich sag das vorher an wenn ich lande Adam gerade Adam gerade um bei uns ich war in einem Traitor hab ich vom Dach geworfen den anderen hab ich überführt also ja weil du dir so sicher bist dass du's alleine schaffst das ist ja natürlich auch ne Taktik es wär doch eigentlich viel klierer die gleich irgendwo hinzulegen wo man es überwacht und dann vom Dach werfen ist noch wichtiger ja aber dadurch findest du ja den anderen Traitor nicht wenn du sie irgendwo unterwachen würdest naja aber was ist wenn der Traitor es wirklich noch schafft alle außer einen zu töten dann kannst du die gleich hier auch nicht überwachen okay okay Anne ist nur sauer weil du die Traitor gelegen wächst ja oh man ey ich wollt die wiederbeleben Anne hätte sich auch bereit erklärt die beiden Traitor zu bewachen ja ich hätte sie auch bewacht ey wir gucken was Anne macht wenn ich ne Disco nach ihr schaue boah alter ich kann auf diesen Hochhäusern nie lachen hier boah das ist aber nicht eine Brandgranate wer ist das denn da hinten da tradert jemand rum hier hinten wo wo hier hinterm Hochhaus aber ich hab nicht gesehen wer's war was war das denkst du dieses Fass hinterm Hochhaus was machst du da? Anne ist so verdächtig Leute was da hinten wird the grass ja irgendwie schon ja da oben wird geschossen beim Hochhaus beim Hochhaus wird geschossen verdächtig ist der da gewesen ist Anne Dalu ist da Dalu ist da Dalu ist da wenn du dabei tot ach ne es ist wenn du da Ruder weg ist nicht ich hab's nicht gesehen ich wollte Dalu ist schubsen er hat sich nicht mal beschwert da hinten ist doch was explodiert jetzt da hinten macht mal einen Fass Dalu ist da drunter Dalu ist drin Dalu ist drin im Haus das kann nur Dalu sein weil der immer meistens die Taschen in der Abbahn hat um die Gegner zu blenden was da oben ist Crabs Ok. Ah, ich wurde angebrannt, Trader. Der Grants ist relativ ruhig dafür, dass wir uns hier rausgehen. Ja, aber Krabs hat mich die ganze Zeit im Visier. Anne, lebst du auch noch, ja? Ja, ja, ich lebe noch. Krabs guckt die ganze Zeit, was ich mache. Na, para, wie ist du alleine? Mein Trader? Ja. Rückwärts oder vorwärts? Hey, vorwärts wieder. Hey, wer wollte mich hier grad schocken? T, R, A. Ach, sehr gut, ok. Er ist oben im Turm in dem Kleinen. Alles klar. Ah! Oben im Turm ist er. In welchem? Anne ist es. In dem doppelten Sniper-Turm. Und Anne ist tot. Nein. Alle Traitor abgeknallt waren. Ich hab extra Deadringer genommen und jetzt hing ich da mit meinem blöden Deadringer fest in meine eigene Leiche. Wie scheiße ist das raus? Wie früh ich sie schon überführt hatte eigentlich. Du warst auch schon tot? Ja. Ich bin runtergeschützt worden. Ne, wer war das? Nein, ich leb noch. Haha. Aber Craps hab ich dich mit der Diegel gar nicht getroffen. Ne, du hast mich gar nicht getroffen. Ne, du hast mich gar nicht getroffen. Kann er nicht getroffen. Einen von euch hab ich da noch abgeknallt. Ne, ne. Du hast mich angestossen. Den kleinen Zeh hast du noch mehr blöden. Bei der Größe deiner kleinen Zeh ist das ja auch kein Wunder. Frodo, ey. Ja, dann ist es genau. Das gibt dir das explosive Fass ab, ey. Wo ist Anne? Was? Ich hab Angst. Grenz wird sich rechnen, weil ich ihn verleumdet hab. Okay, ich werfe es. Alter Grenz. Detektiv. Weil ich dachte du bist Dalu. Hallo. Achso, das ist natürlich einleuchtend. Hallo. Pum. Pum. So, das heißt ich muss jetzt zu Dalu und dem 25 Schaden machen. Dann sind wir wieder quitt. Ich bitte drum. Denkst du? 100. Dalu hat gerade einer erschossen. Ich hab ein explosives Fass erschossen. Ja, ja. Das macht du hier. Gorobay. Ich erschütz auch. Was machst du? Ich hab auf ein explosives Fass geschossen. Gorobay, ich hab ein Detektiv schockt. Ja, genau. Hinter dir stehen noch zwei Freunde. Boah, das explosive Fass, Alter. Hey! Warum gehst du da denn hin? Was soll das denn? Gorobay. Ja, das war... Nein, er lebt noch. Absicht. Aber Anne war doch auch noch auf dir. Ja, ja. Aber den Meilen Trader sei. Und jetzt hat auch einer eine Disco zu Gorobay geworfen. Das war ich nicht. Das war ich, aber ich hab sie ja... Die sind in alle Runden gefallen. Ey, Anne. Wenn ich jetzt sterbe. Lass mich bei allen in Ruhe. Ich will gut in Frieden leben. Warum? Wo ist Grends? Dalu ist auf jeden Fall schon mal sehr verdächtig. Wo ist Grends? Ja, Grends hat auch nie geschossen. Ah! Grends hat auch nie geschossen. Grends, 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 Grends. Lull. Identifizier sie doch erstmal. Sie hat auf mich geschossen. Grends. Darf ich sie identifizieren? Bitte töten mich nicht. Ja, dann identifizier sie. Okay. Grends ist es auf jeden Fall. Grends ist es auf jeden Fall. Ich darf mal identifizieren. Es hier ist aber noch eine... Ja, erst mal nicht mal. Bitteschön. Achtung, hier ist eine Bombe im Haus. Und jetzt alle raus. Ich hab den Traitor gekeilt. Und hab... Oh nein, die geht jetzt hoch! Lebt wohl, Leute! Oh, fuck. Alter. Hast aber eine gute Figur gemacht. So, kann mal jemand identifizieren gehen? Ja, ich geh. Wo denn? Da, wo es hoch gegangen ist. Am Haus hier. Ich? Oh, das Fass hier. Um das Fass muss zu werden. Also, wenn noch ein Detektor keinen Grapple-Hook hat, der kann gerne einen haben. Hm? Ich hab den von da legert. Ich schmeiß wieder Gornat. Nein! Ja, aber nach unten. Nach unten. Den letzten hat das... Was? Ich wollte es nur sagen. Ja, ja, gut. Okay, aber... Wenn ich dich kille, dann darfst du mich verdächtigen. Sehr gut. Verstanden? Ja? Nein. Wer, wer... Wer traitert da eigentlich mit Grapple-Hooken so rum? Wuuu! Du hast doch keine Games auf, ey. Ich glaub, der ist es. Ja, du... Du riechst so komisch. Na, 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 na. Das ging schon seit Wochen. Ey, das macht man jetzt. Nein, war nur Spaß. War nur Spaß. Das macht man jetzt da, also. Das ist hipster. Moschus. Ich steh nie Frauen drauf. Aber hallo. Richtig männlich und so. Hier war das bei mir. Der killt mich. Au, au, au. Gar nicht. Au, au, au. Ich streiche dich nur. Ach so. Ach so. Sag mal, kannst du mal... Nein, das ist nicht. Nein, nein. Warte mal. Wie kommt der Hook? Mit dem Grapple-Hook von Dalu. Das hab ich jetzt aber schon zigtausend Mal gesagt. Weil wiederholst du ganz oben auf dem Dach. Ja, hinter dir steht, glaub ich, auch der Pader. Der Pader kann nicht hinter mir stehen. Der ist... Der ist da. Wer ist denn da eben lang gelaufen? Ach, da unten. Äh, mit Manus. Okay. Das ist eine Wache. Was, was? Wo ist mit mir für... Wohin? Ach so, nein. Also wenn's schneller wäre, hätte ich ja schon lange schießen können. Stand die ganze Zeit hinter dir. War er im Turm? Ich glaub nicht. Da war er. Na ja. Wo ist denn? Na ja, ich hab dich im Auge. Na ja, ich hab dich im Auge. Was machen wir jetzt hier im Kreislaufen oder was für Anfänger? Ja, Traitor schieß halt mal. Aber ich hab dich eh im Auge. Ja, jetzt hab ich mir im Auge. Traitor schieß halt mal. Traitor schieß halt mal. Hallo. Ja. McManus lebt. Wolfsden lebt. Peter aus dem Leben. Jo. Und ich. Ey, mach das nicht nochmal. Ich hab grad drei Gramm in der Stiftung. Kann man eigentlich die identifizieren, die da hinten alle gestorben sind? Ja, ich bin mal eben auch im Blick. Boah, ich weiß nicht, ob du so safe bist da oben. Du, safe bin ich im Auge. Ähm, es gibt keinen Grund, dass ich safe bin. Da hast du recht. Ich mein, es sind so viele still, ne? Ja, ich bin grad auch ein bisschen vorsichtig hier. Ja, man weiß ja nie jetzt. Ja, Traitor. Keiner will aus seiner Ecke raus. Woher glaubt er ist sicher. Also, keines liegt hier rum. Und eine liegt hier rum. Sollen wir mal mitspielen? Da Traitor bei drauf gegangen sind. Wir sollen mitspielen noch nicht immer so. What the fuck auf Wisch wird geschossen? Auf Wisch wird geschossen? Von wo? Ja, keine Ahnung von hinten. Also, Peter war es schonmal nicht. Pass mal auf. Äh, Craps. Ja. Äh, warte. Oh, hier. Pass auf. Ich probier dir mal. Was? Warum nicht? Weil du ne Slime hast. Da ist der Hook. Ich bin nicht geil. Falls du auch hochkommen möchtest. Ja, was kommt aus der Richtung? Also, soll ich gleich nichts mehr sagen? Es ist natürlich der Craps. Aber ich glaube, er ist es nicht. Vorsicht, Vorsicht. Ja. Da unten ist der Putter mit dem Sniper. Ja, der Putter ist am Sniper. Und der Putter ist. Ach du Scheiße. Hast du ihn? Ist der tot oder ein Deadwinger? Er ist tot. Das ging so schnell. Er ist tot. Kann so auch ein Deadwinger sein. Ich hab jetzt ein bisschen Angst. Okay, dann gehen wir davon aus, dass er tot ist. Grants ist tot. Putter ist tot. Also, McManus oder Wolfskin. Na dann Wolfskin. Ich bin Enno. Ey, hier. Mr. Pipa. Was denn? Geh mal bitte zurück und confirm mal die Leiche da liegt. Ja. Warum hast du die Leiche nicht confirmt? Hier. Mr. Pipa. Du bist an deinem... Ja. Ja. Ich hab ihn nicht gesehen. Ja, war da aber Traitor. Ähm. Wir sehen es aber nicht. Ja. Doch. Sehen wir wohl. Was denn jetzt? Also, ich bin safe. Wieso bist du safe? Weil der Traitor auf mich geschossen hat und ich gesagt habe, dass er schlatter war. Das ist auch nicht so schlimm. Der hat aber auf uns geschossen. Der hat nach hier oben gesnipert auf uns. Ja. Also, McManus ist eigentlich keine Gefahr. Ja, ich... Ja. Den können wir als safe eigentlich abtun, sozusagen. Das heißt, wir haben noch Mr. Pipa, der die Leiche nicht confirmt hat. Hab ich doch jetzt. Ey, ich mach da was. McManus zielt. War's bitte? Vita? Ja, was ist? Was machst du da oben auf dem Dach? Wer hat eigentlich überhaupt den erschossen? Ich hab ihn erschossen. Jo. Also, ist es Vita oder Wolfskin? Vita ist es nicht. Also, Vita Wolfskin stellt euch gegenüber und schießt euch fertig. Vita ist es nicht. Ich kann es nicht sein. Na, dann können wir ja Wolfskin abschießen. Wolfskin ist tot. Ja, Wolfskin, Mr. Pipa und McManus. Ihr lebt ja noch. Wolfskin ist tot. Wolfskin ist auch tot? Ja. Dann leben ja nur noch Mr. Pipa und McManus. Richtig. Dann können wir eigentlich beide abschießen. Ja, oder tatsächlich du und du hast gewartet, bis alle sich gegenseitig umgebracht haben. Der Trader hat mich ja angeschossen. Ich hab ja gesagt, es war der Trader. Ich wurde angeschossen. Spielen wir russisch Roulette-Craps. Also, ich bin definitiv safe. McManus, du ziehst immer wieder mal hoch, ne? Wie, mal hoch? Ja, ich hab Angst vorm Trader. Ja, aber du musst den hier, Pipa und du. Ihr könnt ein Standalone machen. Wieso ist? Ich hab doch 18 HP. Aber ihr seid die einzig beiden. Ihr seid die einzig drei. Und die, immer auf die kleinen Dicken hier. Ich wusste es doch. Klärt ihr das mal? Das war weder klein noch dick, aber... Das fändst du uns nicht, oder was? Ja, geil. Wollen wir ja bei erschießen, dann Manus? Was? Ja, hab ich auch schon übersehen. Wer ist jetzt da? Ach, schieß die rein. Lass ihn dabei erschießen, oder? Ja, ja. Ach, kein Scheiß. Ach, schieß die jetzt. Einer von euch ist es, ne? Die... Padda, äh, Mr. Pieper. Ich heiß nicht Padda. Ja, ja, Mr. Padda Pieper. Alter. Alter. Das finde ich doch scheiße. Ach, da oben seid ihr. Guck, guck. Und das Schrotze ist zwar dumm, aber ich hab nix anderes. Ja, schon verkackt. Ich seh das hier. Alter, bleibt doch mal stehen, Junge. Oh, wenn man das ziehen lässt. Augenblickwetter, ich muss nachwarten. Ne, ich hab eben. Das war ja so unfair, ey. Und es zog sich ganz gut. Wer hat dann gesagt, wir hätten es geschossen und wäre dann auch noch weggenatzt. Wie das lügt die ganze Zeit rum, ey. Ja, Punkt. Er sagt, dass er meinen Enterhaken hat, der berühmte Inno-Enterhaken. Ja, den hatte ich doch auch. Ja, aber von mir, dem Innocent. Warst du nicht Detective? Wir waren beide auf dem Dach gestorben, Dalu, und ich hatte nen Enterhaken. Ja, ich aber nicht. Aber du warst doch Detective, oder, Dalu? Nein, ich war Indo. Nee! Ich hatte das weg, hätte ich die Aktion rausgekommen. Oh Gott! Oh Gott! Gedo! Ich war Detective. Gedo! Naja, genau, Gedo! Oh Gott, das war ja dann richtig knapp. Ich dachte, das wärst du gewesen, der da weggefetzt ist und den Haken hinterlassen hat. Nee, das war ich. Na wieder, traust dich nicht? Naja, nicht so lange zu essen. Ja, mal ab, ey! Ich muss gehen, wenn ich so bin. Haha, du Sau-Sack! Wenn du die Tür aufmachst, ausfällig sehen, ey. Welche Tür? Warte, welche Tür? Rechts oder links? Hey, kannst du die ausüben? Scheiße! Wenn du dich falsch aufmachst, dann geh ich wieder woanders lang. Lass mich doch in Ruhe. Anne, warum rennst du mir so hinterher? Vita wollte mich raten, immer in deiner Gegenwart. Moment, du wolltest mir das Brett weghauen und mich dann runterschubsen, du Limmel. Hier, guck mal, Smokey! Was würdest du? Ne Smoke. Alter, hast du ja schon. Okay, weil... Du falsch! Also, wenn der Para nicht gerade Traitor ist, kann man ihm vertrauen. Das koste ich gerade! Wenn ich sterben sollte, war's Crabbs übrigens. Renz, dieser dreiste Schlingel. Äh... Da kommt... Du ans Fenster! Da kommen sie alle! Da kommt sie alle! Schlingelingeling! Schlingelingeling, hier kommt der! Scheiße, viele Leute auf den Haufen! Schlechter Gesang, ich hau ab! Gib mir die Waffe, Grant! Oh, das ist... Hä? Wieso ist denn hier der Übergang gerade? Oh, ja, das ist auch so eine Ecke! War hier nicht noch ein Übergang? Du hast mir meine Waffe nicht gegeben! Hallo, hallo? Ich hab dir die doch gerade zufrieden! Du hast die wieder! Hallo! Achso! Hallo! 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 Du hast eigentlich einen Übergang gerade nicht! Aber die kann's ja wegschießen! Den hab ich weggemacht! Haha! Mach's dumm! Was? Das ist ja voll gemein! Du kannst aber drüberspringen! Du kommst drüber! So ding ich bin, bin ich nicht! 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 Bring das Gewicht, Leute! Wisst ihr, ich will einen Point haben! Ich brauch einen Punkt! Habt ihr gehört? Krabs war Traitor! Krabs war Traitor! Ich möchte Krabs wiederbelebt! Die Menschen gleiche haben! Warum tötet ihr immer die Traitor? Ich hab wieder wissen, wie der gerade im Traitor-Shop war! Kann man nicht! Hä? Ey, was machst du? Er hatte ne Bärenfalle in der Hand! Das kann man! Oder sowas! Wenn das geht! Wo ist die Leiche? Ich will einen Punkt! Wo ist denn Grabs? Wo ist denn Grabs? Wo ist der Weihnachtsmann? Wo wobei geht er weg? Ah! D4! Was? Ich hab ne Shotgun! Das explosive Fass wolltest du grad töten! Nein, wenn überhaupt will ich dich töten! Ja, ich steh hier nur! Ich guck mir alles hier an! Hallo! Hallo! Wo war das? Was war das? Alter! Wer ist da unten? Wer ist da unten? Mr. Peeper! Aua! Ich hab nur ne Schrotz auf, die das verschiebt! Ist hier der Ding jetzt irgendwo eingeschlagen? Headcrap Launcher kann von Wolfskin sein! Hier hinter mir! Mann, eingetont! Jetzt krieg ich den nicht hochgehoben! Ähm, von der Anzahl der Leute her kann es maximal nur Wolfskin oder noch jemand sein, der grad diesen Headcrap Launcher gezündet hat! Wieso ist ein Crash schon? Ich hab's gesehen! Wer hat ihn gezündet? War's Wolfskin? Entweder Wolfskin oder noch jemand, der da oben war! Die meisten sind aber auf der anderen Seite der Map gewesen und könnten ihn nicht gezündet haben! Ja, ja! Wo wurde er, wo wurde er denn gezündet? Jada Jada, du bist bestimmt wieder Traitor, oder? Ja, Detective Traitor! Oh! Oh, da schießt Anna! Anne! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ich würde das mal ausprobieren! Anne, warum bist du wundet? Anne! Anne ist echt verdächtig! Du kannst dich nicht hochheben! Du verletzt mich, Anne! Gucken, ob die Waffe funktioniert! Weil ich runtergefallen bin und weil jemand mit einer Science Sniper auf mich geschossen hat! Das kann man zum Beispiel nicht wegschießen! Wow! Wow! Oh, ich wurde angeschossen! Ich wurde angeschossen! Anne hat da ganze Zeit geballert! Ich glaube, Dalu ist tot, oder? Dalu? Wer ist das da hinten, wer dem ist? Ich bin das! Hallo, ich hab Crabs erschossen! Padas hier! Oh, Dalu ist tot! Oh, Dalu ist tot! Aber unten ist auch irgendwie... Dalu ist tot! Wieso ist Dalu tot? Er ist doch nicht komplett vorgeflogen! Die Tasche unter dir irgendwie! Dalu ist Missing in Action! Ich sehe Dalu immer noch als Leben! Oder ist Dalu ein? Ja, ich auch! Echt? Ja, Padas! Pipa, Dalu ist nicht Missing in Action! Er sagt aber auch gar nichts mehr! Dalu! Werde, 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 werde! Also, ich bin der Meinung, dass gerade runtergeflogen! Dass gerade C4 explodiert in einem Turm! Ja, Pipa, er ist doch auch Missing in Action, oder nicht? Also, ich hab Crabs, oder nicht? Nee, ich lebe noch! Ich lauf hier noch rum! Bestes! Bestes! Warum ist Crabs denn mit Wolfskin? Weil ich ihn erschossen habe! Aber warum? Deswegen ist Crabs tot! Weil er hier im Turm saß, ich außer am Fenster und ich sah, wie er gerade ne Bärenfall in der Hand hatte! Weg Banos! Achso! Okay, das ergibt Sinn! Oh! Wer hat da... Weg Banos? Ja, Mr. Pipa? Ja, ich geh ja schon weg! Ja, ich stehe! Die Kirste ist jetzt tot! Wenn ich jetzt sterbe, ist der... Bin Inno, ich hab doch den Crabs erschossen, Mensch! Und doch einen auf Tab irgendwie! Ah! Es ist ja auch Taktik, man weiß es doch Crabs! Es ist echt schnell! Der Crenz steht da auch so verdächtig! Der versteckt mich da! Der schon öfter mit mir gespielt hat, der weiß, dass ich keine Ahnung von Taktik habe! Crenz versteckt sich beim Turm, hinten hinter der Kiste! Ich geb Crenz frei! Wer hat das gesagt? Welcher Turm vor allen Dingen? Es gibt so viele Schirme! Äh, der Sniper-Turm! Wurde... Wurde... Hier hat grad versucht jemand auf mich zu schießen! Und da vorne läuft der Crenz rum! Ja, der Crenz versteckt sich da die ganze Zeit! Äh, äh, äh! Hallo! Ja, was denn?! Crenz? Wieso versteckst du dich da? Du hängst da mit der Sniper die ganze Zeit! Ah! Äh! Detektiv schießt auf mich! Ich bin schießt aber nicht der einzigste hier! Ne, das stimmt wohl! Aber... Das macht dich ja nicht! Ja! Verdeck dich, dass du da so gesessen hast! Ja! Ich beobachte! Okay, tut mir leid! Ich muss den Detektiv töten! Was? Confirm mal bitte! Confirm mal bitte! Achte! Fuck! Okay, es tut mir leid! Der Detektiv-Rant-Sniper schießt ihn! Oh! Okay, man! MacManus und Wolfskin sind die letzten beiden Traitor! Und da loot! MacManus und Wolfskin beide! Alle herkommen und direkt schießen, wenn ihr einen von den beiden seht! Die sind hinten bei dem Turm, oder? Ab ihn! Oh, Dalu! Das ist natürlich ärgerlich! Das ist blöd! Das ist echt jetzt blöd! Wer lebt denn noch? Ich? Ich lebe auch noch! Eine? Keine Angst, ich lebe noch! Dalu, guck mal! Okay! Okay, das Game für uns! Okay! Wer ist jetzt gestorben? Aua! Ich bin schon wieder abgeschossen! Was? Ehrlich? Aua, 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 Aua! Wer ist denn Traitor? Das heißt, es war jemand da hinten? Das heißt, es war... Ist denn jetzt jemand schon bestätigt? Aua, Aua! Aua! Aha! Ich habe gar nichts mit zu tun haben! Letzte Runde jetzt! Ich habe sogar noch... Das ist jetzt aber schade! Dalu, weißt du? Da... Was war denn das für ein random kill, Parder? Ja, echt! Wieso random? Ja, Entschuldigung! Ja, wie? Wieso random? Weil ich in deiner Kiste stehe? Schießt du mich? Du hast die ganze Zeit gekämpft da hinten! Ja, und? Wo ist das Problem? Ich schieß auf das Fass, wenn du es mitnimmst! Ah, Glück ab! Ne, ne! Ich schmeiß die nur weg, damit ich die entsorgen kann! Der Parder steht hier genau neben mir! Sehr auf! Anne ist es! Und Parder! Beide! Ich war es gar nicht! Was? Zu tot, Grape? Nein! Aber Anne habe ich schon mal erwischt! Und... Wie sicher bist du dir? Ich bin tot! Und? Die haben auf mich geschossen! Wo? Wer dem ist? Wer machst du da? Wer dem ist? Aber ich... Ich habe Wulmskin noch nicht! Nein! Ah! Keine Mutti mehr! Wer wollte ihm helfen? Parder? Ja, Parder! Ja, Parder! Ich habe auf ihn geschossen! Nein, er war schon tot! Und dann löste sich noch ein Schuss! Der tötet ihn! Ich habe ihn noch eh frei zum Abschluss gegeben! Wer schnäuzt der sich wann nicht? Bist du Detective? Will mal die Schotten weg, meine Freundin! Bist du Detective? Ja! Der Detective hat ihn freigegeben! So, bitteschön! Ja, wieso tötest du ihn nicht, Danu? Ich habe mich gesehen, dass da noch jemand hinter mir stand! Ich habe es doch gesagt, Danu! Ja, du bewegst dich auch in dem Moment, wo ich schieße! Die haben beide auf mich geschossen! Das ist ja wohl ein mega auffälliger Gistern! Parder, du Traitor! Ciao! Ciao!